Ja, hallo, herzlich willkommen zum Manuel am Abend. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt und bin froh, dass ihr dabei seid. Manuel am Abend ist eine Serie, wo ich sagen muss, sie hat mir bis jetzt immer gefallen. Und deswegen möchte ich nochmal in Manuel am Abend nochmal einen Film zeigen. Zwar eine kleine Wiederholung für euch, für einige, für einige auch nicht. Viel Spaß jetzt mit dem Überraschungsfilm und danach hören wir und sehen uns wieder in Manuel am Abend. Ja, die 83. Folge Manuel am Abend geht zu Ende. Ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder ab 19 Uhr. Bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal.